Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 2. März. Enkeltrickbetrüger erbeuten in Gießen sechsstellige Summe, wie Mittelhessen der Ukraine helfen kann und die aktuelle Lage in der Ukraine. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Am Dienstag sind sogenannte Enkeltrickbetrüger offenbar ans Ziel gekommen. Die Täter hatten eine 82-Jährige in Gießen angerufen und ihr vorgegaukelt, dass ihr Enkel einen Unfall gehabt habe und dieser unbedingt Bargeld benötige. In der Folge ließ sich die Seniorin dazu überreden, einer sogenannten Abholerin Goldmünzen im Wert von über 100.000 Euro zu übergeben. Die Übergabe an eine Unbekannte erfolgte am frühen Dienstagnachmittag in der Frankfurter Straße. Die Ermittlungen dazu laufen aktuell noch. Weitere Erkenntnisse liegen noch nicht vor. Die Kripo warnt, möglicherweise versuchen es die Täter weiterhin. Als einer von wenigen Landkreisen in Hessen bietet der Lahn-Dill-Kreis die Impfung mit dem proteinbasierten Impfstoff Novavax jetzt für jedermann an. Startschuss war am Dienstag in der Wetzlarer Stadthalle. Das Besondere? Geimpft wurde ohne vorherige Anmeldung, ohne Einschränkung und kostenlos parken konnten Impfwillige auch noch. Denn in den meisten anderen Landkreisen ist die Novavax-Impfung vorerst nur für Personal aus Medizin und Pflege vorgesehen. Anders im Lahn-Dill-Kreis, man wolle versuchen, die Impftermine in der gesamten Woche für alle frei zugänglich zu gestalten, teilt der Landkreis mit. Den Offiziellen war am Dienstag eine gewisse Erleichterung anzumerken, denn offensichtlich besteht Interesse an dem nun auch in Deutschland verfügbaren Totimpfstoff gegen Covid-19. Schon vor dem Start der Impfaktion hatten sich 20 Impfwillige vor der Stadthalle aufgereiht, berichtet Kreispressesprecherin Nicole Zay. Mehr als 500.000 Ukrainer sind laut UN bereits jetzt vor der russischen Invasion in benachbarte Länder geflohen. Wie viele Geflüchtete in Deutschland zu erwarten sind, ist laut Bundesinnenministerin Nancy Faser, SPD, noch nicht abschätzbar. Wie können Bürger jetzt Hilfe leisten? Wir haben mit Hilfsorganisationen in Mittelhessen darüber gesprochen. In Polen sind die Lager prall gefüllt mit Hilfsgütern, sagt Bettina Twosnik, Sprecherin der Flüchtlingshilfe Mittelhessen. Sie rät davon ab, als Privatperson auf eigene Faust mit einem Transporter an die ukrainische Grenze zu fahren. Sprachprobleme, Kälte und unkoordiniertes Handeln würden eher zu Frust führen. Wer Kleidung spenden möchte, könne dies an den üblichen Stellen wie beispielsweise Kleiderkammern und Sekundhandläden tun. Diese kommen den Menschen dann zugute, wenn sie hier angekommen sind. In der jetzigen Situation sei es aber wichtiger, die Menschen zu unterstützen, die Verwandte aus der Ukraine nach Deutschland holen wollen. Im Lahn-Dill-Kreis sind am Montag die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Das teilte die Kreisverwaltung auf Anfrage mit. Zugleich zeigten die Menschen im Lahn-Dill-Kreis eine riesige Hilfsbereitschaft, sagte Kreissozialdezernent Stefan Aurand, SPD. Im Lahn-Dill-Kreis sind laut Aurand am Montag zwei Familien aus der Ukraine, insgesamt fünf Personen, Frauen und Kinder, bei Verwandten im Kreisgebiet untergekommen. Sie hätten sich telefonisch bei der Kreisverwaltung gemeldet, weil sie Fragen zur Krankenversicherung gehabt hätten. Eine Wohnungsbörse der Verwaltung registrierte bereits 5 und 70 angebotene Unterkünfte für Flüchtlinge aus der Ukraine. Bis dato verfügte die Kreisverwaltung über insgesamt 120 angemietete Immobilien, in denen aktuell rund 1300 Flüchtlinge untergebracht und noch rund 200 Plätze frei sind. Erst in den vergangenen Wochen, nach mehreren Aufrufen der Behörde, konnten 20 Unterkünfte neu hinzugewonnen werden. Der Bund hat als Reaktion auf Gasprobleme im Winter und den russischen Angriff auf die Ukraine für 1,5 Milliarden Euro Gas als Reserve für die nächste Zeit gekauft. Regierungskreise bestätigten am Dienstagabend einen entsprechenden Bericht des Nachrichtenportals The Pioneer. Das Portal berief sich auf ein Schreiben des parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesfinanzministerium, Florian Tonka, FDP. Das Finanzministerium habe grünes Licht für einen entsprechenden Antrag des Wirtschaftsministeriums geben. Der Haushaltsausschuss des Bundestages sei nicht wie in vergleichbaren Fällen üblich konsultiert worden. Die erste Lieferung sollte demnach bereits am Dienstag erfolgen, so die Begründung des Finanzministeriums. Die Zahlungen für das Gas müssten sehr zeitnah geleistet werden. Zum Schluss blicken wir auf die aktuelle Situation in der Ukraine. Nach der EU und Kanada schließen nun auch die USA ihren Luftraum für russische Flugzeuge. Dies werde Russland weiter isolieren und die wirtschaftlichen Kosten für Moskau nochmals erhöhen, sagte US-Präsident Joe Biden in seiner ersten offiziellen Rede zur Lage der Nation. Russlands Wirtschaft taumelt und daran hat allein Putin Schuld, so Biden vor beiden Kammern des US-Kongresses im Kapitol in Washington. Derweil verschärft Russland seine Angriffe auf die Ukraine und nimmt die Hauptstadt Kiew immer weiter ins Visier. Als Bedingungen für ein Ende der Kampfhandlungen nennt Präsident Putin unter anderem, dass die Ukraine die selbsternannten Volksrepubliken im Osten und die russische Annexion der Krim akzeptieren müsse. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de Das war die heutige Ausgabe von Gude Mittelhessen, unserem täglichen News-Update mit den wichtigsten Informationen und Nachrichten für Mittelhessen. Hört aber auch gerne mal in unseren Wein-Podcast Wein mal eins rein. Ein Angebot der VRM